polen schlägt alarm die nata hat noch drei jahre zeit sich auf den krieg vorzubereiten dieses ist wie immer wieder ein bild plus artikel und für solche geschichten bin ich auch nicht bereit auch nur 1,99 euro im monat zu zahlen bei einem monatsabo von zwölf monaten das mache ich nicht der sicherheitschef der polnischen regierung ist überzeugt die nata hat noch drei jahre dann muss sie zu einem krieg gegen russland bereit sein so jetzt frage ich mich wie kommt man auf diese drei jahre der krieg ist doch eigentlich schon direkt vor unserer tür also vor unserer tür hier in polen ja auch wenn viele sagen russland das ist noch die ukraine dazwischen aber zwischen der ukraine und russland ist der krieg das heißt das kriegsgebiet ist direkt vor unserer tür so wer und hier steht auch die warnung ändert alles die urtikt und lesen sie genau mit bild plus bild plus wie gesagt bin nicht bereit zu bezahlen ich halte auf jeden fall auf dem laufenden wie das hier weiter läuft und sobald ich irgendwelche zuverlässigen quellen im internet gefunden habe mache ich ein neues video und bis dahin liebe auswanderer liebe polen bleibt ruhig ja das ist alles nur pr man will uns doch einfach nur angst machen das ist ja kurz vor weihnachten also in dem sinne bis zum nächsten video danke fürs zusehen auf wiedersehen tschüss und tschüss zusehen auf